Moin Leute, heute schauen wir uns die Grundzüge von Deutschland von 1945 bis 1990 an. Spoiler, es wird geteilt. Abfahrt! 1945 sind die Kämpfe vorbei. Auf der Potsdamer Konferenz treffen sich die drei großen Hauptalliierten, um die Lage zu besprechen. England, USA und Sowjetunion. Zum einen bekommt Russland Ostpreußen. Zumindest den nördlichen Teil davon, das haben sie heute noch als Kaliningrad. Und Polen bekommt Gebiete östlich von Oder und Neiße, auch das gehört heute noch zu Polen. Die zwei Dinge waren auf der Konferenz aber mehr oder weniger vorläufig und umstritten. Noch spannender ist, dass Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt wird. Es gibt eine englische Besatzungszone, eine französische, eine amerikanische und eine sowjetische Besatzungszone. Genauso gibt es einen englischen, französischen, amerikanischen und sowjetischen Sektor in Berlin. Man muss sagen, auf der Konferenz von Potsdam scheitert eine gemeinsame Besatzungspolitik für Deutschland. Die Westmächte können sich nicht mit der Sowjetunion einigen. Und der Kalte Krieg steht quasi in den Startlöchern. In der sowjetischen Besatzungszone werden schon Maßnahmen durchgeführt, um Alltag, Wirtschaft und Politik kommunistischer zu gestalten. Zum Beispiel die Verstaatlichung von vielen Betrieben. Und die SPD und KPD werden gezwungen, sich zur sozialistischen Einheitspartei Deutschlands SED zu vereinigen. Die Westzonen und die Ostzone entwickeln sich also auseinander. Das Scheitern einer gemeinsamen Besatzungspolitik führt letztendlich dazu, dass Deutschland über 40 Jahre lang geteilt sein wird. USA und England entschließen sich zu einer gemeinsamen Politik in ihren Zonen. Eigentlich gab es ganz andere Pläne für Deutschland, aber wegen dem Kalten Krieg werden die jetzt verworfen. Die USA planen einen starken westlichen Teil von Deutschland, die spätere Bundesrepublik Deutschland. Das ist die sogenannte Weststaatslösung, da drängen die USA richtig drauf. Als Schutz gegen die sowjetische Bedrohung aus dem Osten. Merkt euch dazu Währungsreform und Berlin-Blockade. 1948 gibt es in Westdeutschland eine Währungsreform, es wird die Deutsche Mark, besser bekannt als D-Mark, eingeführt. Als Antwort darauf sperrt die Sowjetunion alle Zufahrtswege nach Westberlin. Die USA müssen Westberlin mit Flugzeugen versorgen. Außerdem wird eine eigene Währung, die Ostmark, eingeführt. Die Berlin-Blockade fördert im Endeffekt die Weststaatslösung. Am 23.05.1949 wird im Westen die Bundesrepublik Deutschland BRD gegründet. Am 7.10.1949 wird im Osten die Deutsche Demokratische Republik DDR gegründet. Damit ist die Teilung Deutschlands komplett. Die erste Bundesregierung in der BRD hat zwei Ziele. Wiedererlangung der Souveränität und die Wiedervereinigung Deutschlands. Die Wiedervereinigung muss aber zurückgestellt werden. Zuerst muss die BRD unter Adenauer sich Richtung Westen integrieren, um sich das Vertrauen der Westmächte zu holen. Um so erstmal die Souveränität des eigenen Staates wieder zu gewinnen. 1955 ist das gelungen. Die BRD erlangt weitgehende Souveränität. Es beginnt zum Beispiel auch der Aufbau der Bundeswehr im Rahmen der NATO. In den 1950ern kommt es, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit den USA, zu einem krassen wirtschaftlichen Aufschwung in der BRD. In der DDR sieht es schlechter aus. Die Führung durch das SED-Regime wird der Bevölkerung aufgezwungen. Ein Typ namens Walter Ulbricht steht an der Spitze des Zentralkomitees der SED. Unter ihm wird die Herrschaft der SED immer stärker ausgebaut. 1953 kommt es, unter anderem wegen zu hohen Arbeitszeiten, die abverlangt werden, in rund 300 Städten in der DDR zu einem Volksaufstand. Die SED-Führung wird aber nicht gestürzt, denn sowjetische Truppen und Panzer schlagen den Aufstand brutal nieder. Die Sowjetunion zeigt also, dass sie ihre Vorherrschaft im Ostblock auf keinen Fall in Frage stellen lässt. Alles bleibt kommunistisch in ihrem Sinne. Nach dem Aufstand verbessert sich die wirtschaftliche Lage und der Lebensstandard in der DDR. 1955 wird der Kriegszustand seitens der Sowjetunion beendet und die DDR bekommt deutlich mehr Souveränität. Problem ist, viele Leute haben mehr Bock auf die BRD. Das System ist freier, es gibt mehr Demokratie und der Lebensstandard ist wegen dem Wirtschaftswunder viel besser. Die innerdeutsche Grenze ist eigentlich zu. In Berlin fliehen aber noch viele Leute in den Westen. Da ist quasi das Schlupfloch. Das wird auch Abstimmung mit Füßen genannt. Man verpisst sich und zeigt so, dass man gegen die SED stimmt. Um das zu stoppen, wird 1961 die Berliner Mauer gebaut. Danach müssen sich SED-System und Bevölkerung mehr arrangieren. Von 1961 bis 1970 wächst in der DDR die Wirtschaft und der Lebensstandard erhöht sich. Die BRD ist aber noch weit vorne. 1971 wird Erich Honecker die neue Führungsspitze bei der SED. Der erkennt die Führungsrolle der Sowjetunion komplett an. In den 1970er Jahren kann sich die DDR weiter stabilisieren und ist schon ein recht modernes Land. Sie bleibt aber immer noch sehr weit hinter der BRD zurück. Außenpolitisch betreibt die DDR eine Abgrenzungspolitik, schließt aber verschiedene Verträge mit der BRD. Zum Beispiel bekommt die DDR Anfang der 1980er hohe Kredite von der Bundesrepublik und baut im Gegenzug Selbstschussanlagen und Minenfelder an der innerdeutschen Grenze ab. Insgesamt nimmt die Kritik am System in der DDR weiter zu. Außerdem hat man besseren Zugang zu westlichen Medien und es gibt Reiseverkehr von der BRD in die DDR. In den 1980ern bleibt die Wirtschaft krisenanfällig, man wird politisch bevormundet und weiß nicht so recht auf, was man sich einzustellen hat als DDR-Bürger. Und nebenan in der BRD läuft's viel, viel besser. Deswegen wächst der Gegensatz zwischen der Bevölkerung und der SED-Führung immer weiter. 1985 wird in der Sowjetunion Gorbatschow als Generalsekretär gewählt. Damit kommt Schwung in die Sache. In der Sowjetunion gibt's jetzt nämlich Reformversuche und das lässt die Bevölkerung in der DDR hoffen. Aber die DDR-Führung bleibt hart und grenzt sich mehr von der Sowjetunion ab. Dadurch, dass trotz Gorbatschow die SED keine Reformen vornimmt, ist die Bevölkerung richtig abgefuckt. Im Mai 1989 geht's dann ein bisschen ab. In Ungarn gab es Reformen und die Grenzbefestigung zu Österreich ist abgebaut. Das gleiche passiert später in der Tschechoslowakei. So fliehen mega viele DDR-Bürger raus aus dem Ostblock in die BRD. Also man reist zum Beispiel von der DDR in die Tschechoslowakei und dann über die Grenze. Am 9.10. gibt's in Leipzig ne Großdemonstration mit rund 70.000 Menschen. Erich Honecker tritt zurück, sein Nachfolger wird Egon Krenz. Die Lage kann aber nicht mehr gehalten werden. Am 9.11.1989 wird die Berliner Mauer geöffnet. Die SED-Führung wird gestürzt. Es gibt ne Übergangsphase, dann finden 1990 die ersten freien Wahlen in der DDR statt. Das Ergebnis ist eine Regierung unter Lothar de Maizière von der CDU. Die neue Regierung handelt mit der BRD-Regierung unter Helmut Kohl die Einzelheiten der Wiedervereinigung aus. Am 3.10.1990 wird Deutschland wiedervereinigt. Die DDR tritt nämlich der Bundesrepublik Deutschland bei. Deswegen heißt's auch Neue Bundesländer. Jetzt sind wir aber erstmal durch. Vergesst nicht folgende Punkte. Sowjetische Maßnahmen in der Ostzone plus USA wollen starken Weststaat. Ergebnis 1949 Gründung der BRD und DDR. BRD Westintegration Wirtschaftsrunde. DDR Dauerkrisen im Vergleich zur BRD in Wirtschaft, Politik, Lebensstandard. 9.11.1989 Fall der Berliner Mauer, Sturz der SED-Führung. So Leute, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann kommt einfach auf TheSimpleClub.de und auf unsere App. Bis gleich dort, einfach hier klicken.